Er gilt als Modell der Kompaktklasse, doch der Nissan Pulsar ist immerhin 4,39 Meter lang und bietet 2,70 Meter Radstand. Das alles bei 1,52 Meter Fahrzeughöhe. Klar, dass es sich hier um eines der geräumigsten Fahrzeuge seiner Klasse handelt. So haben Insassen auf allen Plätzen vergleichsweise viel Raum. Das Kofferabteil ist mit Werten von 385 bis 1395 Liter ebenfalls großzügig. Ein Golf schafft es nur bis 1270 Liter. Die im Testwagen verbaute CVT-Automatik passt gut zum Charakter des Pulsar, der keineswegs der sportliche Typ ist, aber durchwegs ein gewisses Maß an Dynamik bietet. Die Automatik macht das Fahren in der Stadt und auch Überland angenehm und spektakulär. Der Gummibandeffekt früherer CVT-Getriebe ist beim Pulsar im Normalbetrieb nicht zu merken. Der 1,2 Liter Benziner mit 115 PS kann den Pulsar immerhin 185 kmh schnell machen. Er bleibt dabei relativ ruhig und geht moderat mit dem Sprit um. Wir kamen auf Werte zwischen 6,5 und 7,1 Liter auf 100 km. Wer sanft Gas gibt, kann es auch mit weniger schaffen. Somit ist der Pulsar-Automatik ein Fahrzeug mit viel Sonne und wenig Schatten. Zu letzterem zählt wohl der selbstbewusste Kaufpreis. Der Testwagen in Tekna-Ausstattung mit CVT-Getriebe kommt auf satte 26.824 Euro. Wenn gleiches serienmäßige Features wie Ledersitze, Nissan Connect Navigationssystem, Designpaket oder Nissan Safety Shield gibt, ist das doch recht stolz und muss den Kunden erst schmackhaft gemacht werden. Eine gute Wahl ist der Pulsar aber dennoch. Viel Platz, souveräne Verarbeitung und dazu eine ordentliche Ausstattung können überzeugen. Und wer es hauptsächlich auf das tolle Raumangebot abgesehen hat, kann ja auch das gut ausgestattete Basismodell Pulsar Visier um 18.299 Euro bestellen.